den Start den Start habe ich verpasst, ja den Start egal oh hier ist alles Leila Leila macht geiler Strecken kenne ich alle auch nicht dann gucken wir mal wer hat die Liste erstellt oder ist die auf dem Internet? aus dem Social Club aus dem Hushel Club? Social, Social die Nitro-Streifen sind schon wieder der Beste oh Gott was denn da oben man will es einfach nicht sehen man will es nicht sehen bis jetzt die Strecke easy going naja wer fährt denn da so Schlangenlinien da? Planton? er lässt fahren er lässt fahren der lässt gerade ein fahren ach so ok war das ja gut schön lang gezogen obwohl so wie der Pferd würde ich lieber selber fahren oh das knapp alter ja das war knapp kennst du da so neben sitz und denkst du mal ich versine? ja, gib den Controller her ja echt mal DUDUDUDUDUDududududududududududududududududududududu Schöne Sonntagsfahrt Boah, bin ich froh, dass... Wo geht's jetzt hin in den Altau? Wo geh's jetzt hin? Bin ich froh, dass da ne Leitplanke war. Muss ich ganz ehrlich gestehen Oh, Gott! Viel Spaß beim Fliegen, sag ich euch schon mal, ne? Oh, ich hab Höhenangst Oh, wie geil, Leute Ist es ein Auto oder ist es ein Flugzeug? Boah, die Federung vom Auto, ne? Die werden schon links kaputt. Ja. Der hat einen Hänger. Ich glaube, ich kann fliehen. Ich glaube, ich kann den Sky touchen. Wenn ich schon die Strecke am Himmel da sehe, ne? Mit den S-Kurven, da kriege ich schon wieder Späßchen. Da kriege ich schon wieder Späßchen. Ist ganz easy. Ist ganz easy. Lalalala. Das ist bis jetzt mit die leichteste Strecke. Ja. Aber wenn ich schon... Oh Gott. Was kommt denn da noch? Oh Gott. Ich habe mal gerade zur Seite geguckt. Hm. Genau. Du bist letzter. Spür du ruhig zu Ende. Du bist letzter. Fahr ruhig. Jetzt fahre ich für dich auch nicht mehr. Ja, sowieso. Und er wollte die Kacken jetzt auch wieder aufnehmen. Echt mal. Kevin ist schon wieder so leise. Du bist leise? Ja, du bist leise. War ich gerade lauter? Ja, jetzt war es so genau. Jetzt bist du wieder ein bisschen lauter. Okay. Ich bin nicht mehr da hinten. Vielleicht sollst du das Mikrofon essen. Ja. Du bist schon wieder so weit weg. Nee. Erstmal. Du bist mal leise. Du bist mal so... Ich bin schon wieder hier runter. Du bist mal so leiser. Ja, ich mach's gleich. Ich stell's gleich mal ein bisschen lauter. Ja. Weeeeee. I believe I can fly. Vielleicht spiel ich da immer, wenn ich das Video mal schneide für YouTube oder so. Schneide ich da immer rein. So ganz kurz so. I believe I can fly. Alter, dieses Rot-Blau. Da will ich ja mal, wenn du da drüber fährst. Ja. Das gibt ja wegen den Augen. Easy going Strecker. Wenn der dritte eventuell auf mich wagen könnte, hätte ich das auch noch mal schon eingefallen können. Der dritte? Ja. Meinst du mich damit? Ja. Der andere ist Blendum, ja? Ja. Nee, ist Consumer. Achso, der ist Carford, ja. Carford. Er fuhr Carford und kam nie wieder. Er fuhr fort und kam nie wieder. So, schön kannst du fliegen, Sascha. Ja, ne? Wunderbar. Oh. Ich hab gar keine Scheinwerfer mehr. Brauchst du noch nicht, ist höll genug. Aber dritter will ich wenigstens noch werden. Okay. Bist du, hab ich jetzt einen schwarzen Bildschirm? Einen schwarzen Bildschirm! Mäh. Stößchen. Aus Mimüschen. Aber gleich, glaube ich, ist es immer wieder so weit. Für Horror. Für Horror? Mhm, für Horror. Wie, so guckst du dir im Spiegel? Ja. Ja. Jeden Morgen, wenn ich da reinguck, seh ich dich. Ja, ne? Wieso? Hab ich doch schon. Doch. Ich steh, also nicht, weil ich gerade gucke, ich kriege immer noch dran. Nein. Nö. Das sieht aus, als würde ich gleich Skilaufen gehen, hier mit seinen schwarzen... Was da unten? Ich bin lauter. Ja. 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 Also nicht. Also nicht. Das war ich nicht. Das war ich auch diesmal auch nicht. Meine sind immer kurz. Kurz? Was kurz? Bitte, was? Boah, freu ich mich schon, wenn Freitag der 13. rauskommt. Das ist auch so ein Spiel für uns, glaube ich, ey. Oh, ja. Oh, ja. Oder hier dieses, dieses, ähm... Wie heißt das, momentan, was am PC so momentan so am Laufen ist? Auch dieses Horror-Ding, dieses asynchrone Multiplayer-Game. Wie heißt das denn nochmal, ey? Nee, nee, nee. Multiplayer-Game. Horror. Ach, ich spiele euch den ganzen YouTuber doch, momentan. Ähm, ähm... Ich weiß, was du meinst. Wie heißt es denn? Wo er noch ein Killer ist, war? Genau, einer ist der Killer. Und die anderen, die ja überleben. Ach, wie ist denn? Ähm... Nein, nein. Meinst du, die kommen jetzt drauf? Äh, dead, 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 dead. Dead by Daylight, genau. Dead by Daylight. Geht ihr die Blaze-Action? Nee, noch nicht. Nein. Vielleicht. Die haben schon gesagt, dass er eventuell in den Konsolen-Port kommen soll. Das gibt's dir doch wieder bei. Aber Freitag der 13. wird, äh... Achso, das meinst du. Ja, das, das muss ich noch im Namen. Dann sag, dann sag das doch in der, in der Dings-Beschreibung. Falle noch. Kannst du nicht mal da hinschreiben. Toll, ich bin letzter. Pfff. Was war das denn? Was war das denn? Hahaha. Der war gut. Der hat mir gefallen. Könnt ihr noch... Könnt ihr noch mal machen. Oh nein. Ich schaff den Looping nicht. Oh, ist das hohl. Hahaha. Oh Gott. Ich auch nicht, aber ich lande richtig. Oh, wie geil. Oh, wie dumm ist denn der wieder Spawn-Punkt. Hm. Fuck. Dazu sag ich jetzt mal gar nichts. Ich muss wieder von vorne anfangen. Oh Gott. Es liegt, glaube ich... Es liegt, glaube ich, daran, weil ich, glaube ich, äh, so ein lillernes Shirt an habe. Also nicht im Real Life, ne? Im Spiel. Nicht, dass du was Falsches gerade denkst, ne? Ja, ich fühle mich wohler, als ich sollte. Was denn? Oh Gott, ich sehe ja was. Das will ich nicht sagen. Ach ja, bei Seven Days to Die, ja. Ja. Das ist ja verdächtig, Sascha. Ja. Hallo bei der Freude. Oh, ihr seid so süß. So. Wie soll rennen kommen denn eigentlich noch? Wo ist das einer? Äh, das Club ist in Rent oder so. Ja, wo können wir das? Von? 15. Was? Also noch 6. Ja, ich kann Mathe. Ja, Mathe-Richt und die 1, ne? Ja. Die normale Spiele-Liste. Düt, 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 düt. Düt, düt. Düt. Sexy Batman Da ist eine Rampe, die war glaube ich umsonst, kann das sein? Die kann man sich glaube ich sparen, die Rampe, die da in der Kurve steht Boah, was war das denn? What the fuck, da ist einfach eine Bodenwelle gewesen Einfach irgendwie ein Fehler, da war irgendein Fehler in der Strecke Also manchmal kann man es auch ein bisschen übertreiben, ne, mit den Nitrospuren, ne, oder? Ja Vor allem bist du ja wirklich wesentlich schneller Ne, uah, hallo Du hast ein bestimmtes Ding, wo du schneller wirst und dann hört das irgendwann auf Ja Ich glaube ich werde den Looping schaffen Ich werde diesen Looping nicht schaffen Nein, ich werde ihn nicht schaffen Ich werde dieses Auto nicht kaufen Ey, diesen Teppich Genau Werde diesen Teppich nicht kaufen Der Gerät wird niemals müde Der Gerät ist immer vor der Geschäft Der Gerät Schneidet das Fleisch mehr schweißfrei Dass Konsum man hinter mir ist Unter mir Oh, geil Ich kenne dein Inneres Hallo Oberkater über 1 Hallo Oberkater über 2 Jetzt hört doch auf mit den schwulen Witzen Also ehrlich Ja ehrlich Das ist voll für den Arsch Mann Klingt nachher noch so Als wären wir rassistisch oder so Gegen Spule Möchte ich nicht Ja Was Bitte was Aha Verstehe ich nicht Es gibt alles Es gibt auch die Angst vor Leeren Bierglädern Ja Ja Es gibt doch die Angst vor In der Playstation Party zu joinen Nennt sich alleine sein Ja Es gibt immer auch ewige Angst vor langen Wörtern Ja Wie zum Beispiel Ja es gibt zum Beispiel so Weißt du so Leute Die sagen normalerweise ein Wort Was normalerweise ganz kurz gesprochen wird Ganz lang Wie zum Beispiel Nachttisch Schublade Mehr sag ich dazu nicht Ich sag nur Nachttisch Schublade Layers of 4 Dann musst du gucken Das best of Dann weißt du was ich meine Oh komm diese Kurve ist so dämlich Warte mal Das ist doch Warte mal Da brauche ich doch gar nicht lang Oder eigentlich Nein Wollte ich doch gerade sagen Doch Ne Ne Muss ich nicht Ne Muss ich gar nicht Du guckst du da auch gar nicht zu Niko guckte mal zu Und er sagt Niko Wer ist Niko Der kann ja nur Bruder von Kinn Achso Die ganze Zeit gespielt hat hier Achso Achso Läuft der Hase Ey das ist so ein Scheiß hier Wie kommen sie unten auf Bis die überspringen Über den Rotz Man hebt die Kache einfach ab Von Kinnahnen wegen irgendwas Egal hauter durch Ziele Also es gibt einige Strecken Die sie hier richtig schlecht gemacht haben Da ist noch verbesserungswürdig Meine Mitgliedschaft endet demnächst Wann denn Meine auch Ich muss meinen auch verlegen Hast du jetzt ne Nachricht gekriegt Von Playstation Plus oder was Über die Playstation Die schicken dir Die schicken mir ne Nachricht Dass bald mein Meine Mitgliedschaft endet ne Morgen Aber was da wieder zu steht Wann Morgen Das landet der raus Das sind ja das Verdeppen Deine Mitgliedschaft endet bald Weißt du Und dann so in einer Stunde Morgen Ja Ende So ich gebe den Controller wieder ab Okay Ja Ich auch Okay hier Schenke ich dir Oh sorry Ich habe mir vor der Fußmutter gefallen Gott sei Dank kann doch keiner angerufen Echt Ja Soll ich dich mal anrufen Nein Das meine ich nicht Psst Nein Nein Wie lange Wie lange muss denn heute reichbar sein Bis morgen früh Also komplett Morgens bis abends Achso Rund um die Uhr Weil es Wochenende ist Und in der Woche 18 bis 6 Uhr Aber ist ja noch Aber ist ja Nee nee Ab Dienstag gebe ich es ab Dann habe ich Wieder zwei Wochen Getätigt Nein ich will noch mein Outfit ändern Oh Dieses Kawasaki Dingen da Ey Oh das ist jetzt so Geisterstunde Joker ich grüße dich Willkommen zur Let's Play Live Show Hallöchen Auch du bist ein Prime Mitglied Wie geil Willkommen Yeah Nimm Lass mich Ich fahre nur gerade aus Lass mich doch Das geht Ja danke Dankeschön Sehr nett Vielen Dank Danke Alter ihr könnt mich gleich mal alle Das gibt es gar nicht Das ist unfucking believable Oh Gott Wo geht es denn hier weiter Ach hier Oh Hauptsache nicht letzter Das ist wichtig Mach's gut Oh dritter Ich habe außerdem jemanden rausgehauen Okay Wen denn Oh Ich weiß es ja Ja Alpha Kevin Ich weiß Ja 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 Aber später vielleicht Wie ist denn Nicolette passiert wenn man es nicht kann Mein Gott dieser Checkpoint ey das ist doch Geh an die Seite Mann geh an die Seite Ich gucke auch rückwärts ist ja auch einfacher gewesen Warte einfach rein Ey ey ich komme ja gleich dahin du Ich habe gesagt vorher einfach rückwärts ist ja auch sehr einfacher gewesen Habe ich keine Waffen oder so Verdammt Ne Schön so eine Annäherungsmine Ich habe nur noch zwei Checkpoints 8, 9 Und dann kommt schon 10 und ins Ende Aber die Frage ist wo der Checkpoint ist Ja Oh die Röhre sieht lustig aus Die geht wenigstens nur gerade aus Oh ein Feuerring Jihah Ich kann ein Feuerring nicht geben Oh Das ist Ziel Oh na Oh wie mies Oh wie mies das ist Oh wie gemein Ey das ist so asozial Ohne Scheiß Das ist so asozial Ohne Scheiß Ich weiß Am liebsten möchte ich jetzt raus Und ich weiß es genau Was nö Was nö Nö Gleich kommt auf Nieten So weiss es ist Bam 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 B Auf fallen No Schaffst du doch schaffst Ja Servus, da hat er aber ganz genau hingeschaut. Ja, natürlich habe ich ganz genau hingeschaut. Wie du siehst, ähm... Ich spinne es auch. Also ich habe jetzt noch die Batterie davor, aber ich kann es ändern. Warte mal. Wie war denn das nochmal? Ähm... Wenn ich es so mache, ich glaube, so geht es, ne? Hallo? Ja, da. Hallo. Prost, Zeus. Stößchen. Stößchen. Wird gleich Zeit für Horror. Echt, es wird gleich Zeit für Horror. Es wird echt Zeit für Horror. So langsam. Wenn du Horror machst, kann ich Horror im Bett machen. Ja, mach Horror im Bett. Aber alleine, ne? Ja, ja, klar. Alleine. Finger über die Bettdecke, weiß ja. Der hält sich auch schon die Hand vor die Augen. Brot zusammen. Brot. Naja, die vier rennen noch, dann haben wir sie schafft. Ich finde, also ich finde es ein bisschen zu... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Spiele sind ja ganz cool, ne? Aber ich finde so 15 ist schon verdammt viel, ey. Es ist so... Es ist war... Vielen Dank.